Ja, auf das Video zu WatchOS 10 gab es unglaublich viele Reaktionen und tonnenweise Kommentare von euch. Und ich bin da immer unglaublich froh drum. Erstens sehe ich dann, was euch interessiert und dann lerne ich auch immer wieder was. Ich habe auf jeden Fall die wichtigsten Kommentare und Fragen mal zusammengefasst hier in Freeform. Ja, eine riesenlange Liste. Ihr könnt euch schon denken, dass das ein längeres Video wird vermutlich. Aber man sieht es ja unten am Video auch, wie lange es wird. Ich weiß es noch nicht. Wir finden das dann zusammen raus. Ich würde sagen, wir gehen die Fragen der Reihe nach durch. Wenn Fragen mehrmals gestellt wurden, habe ich in der Regel einfach die erste geschnappt. Aber nicht enttäuscht sein, wenn ihr da nicht dabei seid. Das ist also nicht böswillig oder so. Aber es sind einfach so viele. Ich hatte nur schon eine ganze Weile, bis ich die alle einigermaßen strukturiert hatte, dass es eine Reihenfolge ist, die nicht ganz zufällig ist. Also fangen wir an mit der ersten Folge. Ja, ja, der Apple-Mac-Fan hat erster geschrieben. Das habe ich einfach, ich freue mich da immer drüber, weil dann sehe ich immer, ja, es ist ein bisschen verpönt, das zu machen auf YouTube. Aber dann sehe ich immer, dass das Video auch wirklich live ist und dass es jemand sieht. Darum bin ich da jeweils gar nicht unglücklich darüber. Nein, äh, dann geht's los mit, äh, Thomas, der schreibt, WatchOS 10 ändert alles. Naja, man kann immer noch die Uhrzeit ablesen und wird einfach immer noch praktisch über eingehende Nachrichten informiert. Oder, ja, daran ändert sich natürlich nichts. Wo sich die Sachen ändert, ist im Drumherum. Die Core-Funktionen der Apple Watch werden mit OS 10 nicht verändert. Was verändert wird, wird die Benutzung der App. Und da bin ich dann wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das im Alltag bei anderen Leuten auswirkt. Ich bin ja ein großer Fan von Bedienung und Knöpfen und wie man so Sachen macht. Und, äh, ich kann mich da sehr dafür begeistern. Aber ich bin dann mal gespannt, wie es bei euch ausschaut, wenn ihr es dann habt. Irgendwann, ja, voraussichtlich in der zweiten Septemberhälfte oder so kommt's. Aber nein, die Apple Watch bleibt natürlich die Apple Watch. Einfach die Bedienung wird umgestellt. Also da muss man sich nicht Sorgen machen. So, jetzt kommt die alles entscheidende Funktion, die ich nicht kannte. Der Friedrich war der Erste, der es geschrieben hat. Sehr schönes, ausführliches Video. Das Kontrollzentrum kann man in jeder App jederzeit aufrufen, lange am unteren Bildschirm tippen und dann hochstreichen. Selbiges gilt für die Mitteilungen. Meine Güte, ich hab die Apple Watch, welche Seite im ersten Tag und ich nutze sie täglich. Ja, ich trage sie 24 Stunden und das wusste ich nicht. Ganz viele von euch wussten das. Ich hab dann auch gefragt, woher wusstet ihr das? Und beispielsweise der Doppel-G hat geschrieben, hab irgendwie aus Spaß versucht, einen Force-Touch-Geste zu machen, obwohl es die ja gar nicht mehr unterstützt wird. Und so hat er es gefunden. Ich wusste das wirklich nicht. Ich muss sie dann sofort die Apple Watch mit WatchOS 9 wiederholen, weil bei WatchOS 10 gibt es das ja nicht mehr. Und ja, es funktioniert. Ich muss ja schnell zeigen, wie es funktioniert. Jetzt muss ich überlegen, das da. Die mit Snoopy ist logischerweise die 10er, die da ist. Nicht mit Snoopy. Machen wir eine App auf. Jetzt haben wir eine App. Und wenn man dann ins Kontrollzentrum will, einfach hier unten lang den Finger drauf lassen. und schon kann man es nach oben ziehen. Meine Güte, wie einfach. Das wusste ich nicht. Und Benachrichtigungen ist es dasselbe. Oben Finger drauf und runterziehen. Oh, Malte Kirchner hat ein Training abgeschlossen. Da gratulieren wir dem Guten. Das ist immer ein bisschen Risiko, wenn man das mit den privaten Uhren macht. Weiß man nie, was für Benachrichtigungen kommen. Aber ich glaube, das darf ich schon mitteilen, dass der gute Malte da ein bisschen Sport gemacht hat. Ein Verrückt. Das wusste ich wirklich nicht, dass man das so nutzen kann. So lernt man immer wieder aus. Ganz viele Leute wissen ja auch nicht, dass mit dem Klatsch, wenn man irgendwo in einer App drin ist und man möchte zurück, das ist übrigens auch bei WatchOS 10 noch so, einfach draufklatschen und man ist zurück. App auf und pff. Die Leute schreiben dann immer, Raphael, warum haust du so auf deine Uhr? Man kann einfach draufklatschen. Das ist eigentlich der Home-Knopf. Das hat mir Johnny Eiffel mal gezeigt. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsfunktionen der Apple Watch. Ich mache es die ganze Zeit. Und was auch noch lustig ist an WatchOS 10, da ist die Funktion ja jetzt nicht mehr mit dem nach oben wischen, äh, hochziehen des Kontrollzentrums, aber wir müssen da schnell eine App aufmachen. Nehmen wir die Stoppuhr. Chips. Da ist es natürlich jetzt nicht mehr da. Aber die Benachrichtigungen kann man so immer noch holen. Und was ich auch noch Interessantes entdeckt habe, nachdem ich nämlich ein bisschen angefangen habe, rumzuforschen, nachdem ich mich auf die Idee gebracht habe, wenn man von unten nach oben dreht, kommen ja da die Widgets. Wenn man auf den Knopf drückt, kommt das Kontrollzentrum. Aber schaut mal, wenn ich hier oben drauf tippe, kommt auch das Kontrollzentrum. Das hat Apple nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob das dann so bleibt, aber so bekommt man das Kontrollzentrum auch, wenn man einfach da oben drauf tippt. Das, was ich nur entdeckt habe, weil ihr mich wieder auf Ideen gebracht habt und ich da ein bisschen rumgedrückt habe und geschaut habe, was ist sonst noch so versteckt an Bediengesten. So, also vielen, vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben, wie man das Kontrollzentrum mit Watch 9 noch holt. Leider ist die Information für mich jetzt zu spät. Da wäre ich wirklich jahrelang drum froh gewesen. Ich wusste das nicht. Dann die Frage nach Apple Pay kam auch sehr oft. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Einfach auf der Seite zweimal drücken und da kommt Apple Pay oder was halt dann in Apple Wallet hinterlegt ist. Jetzt bei mir ist es, ach, die WWDC 23 ist es. Genau, die Apple Eintrittskarten für die Events kann man jeweils auch in der Wallet hinterlegen und das habe ich offensichtlich gemacht. So, nächster Punkt. Nele Plen. Ist immer ein bisschen schwierig mit diesen YouTube-Benutzernamen. Also ihr müsst mir nachsehen, wenn ich die falsch ausspreche. Das seitliche Wischen war echt gut. Je nach Situation in einer Sekunde das Zifferblatt wechseln war echt gut. Ja, da haben viele Leute gesagt, es ist ja schade, dass man das Zifferblatt jetzt nicht mehr ganz so schnell wechseln kann. Habe ich anfangs auch gedacht. Ich habe auch sicher zwei, drei Tage gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Und inzwischen, ich vermisse es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich finde die neue Geste eigentlich auch nicht schlecht. Man hält den Finger einfach lang drauf und dann kann man ja gleich wischen und dann ist es eigentlich dasselbe. Habt ihr gesehen? Vorher war es halt so. In welche Richtung geht es? Zipp, zipp, zipp. Und jetzt ist es halt schnell warten und dann wischen. Und ja, man kann hier auch mit der Krone drehen, hat auch jemand gefragt. Aber das konnte man schon vorher. Und es haben eben auch Leute geschrieben, die es eben andersrum sehen. Da der SD. Ich fand es immer nervig und umständlich, dass man aus Versehen ein Zifferblatt hatte. So gefällt es mir viel besser, hat er geschrieben. Ja, es ist ein bisschen kontrovers, aber ich glaube, da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Es wirkt, ist ein bisschen, wie nennt man das auf Deutsch? Auf Englisch ist es purposeful, wenn man es macht. Man muss es ein bisschen mehr wollen, das Zifferblatt wechseln. Aber im Alltag habe ich mich so schnell daran gewöhnt, dass ich jetzt, als ich die 9er oder die Watch mit dem 9er OS getragen habe, habe ich es automatisch auch schon so gewechselt, weil da funktioniert es ja auch schon. Jetzt muss ich gerade etwas ausprobieren. Nochmal. Ob man da auch gleich lang draufbleiben? Nein, ich glaube, das haben sie geändert. Beim 10er kann man eben lang draufbleiben und muss den Finger nicht anheben und kann gleich wischen. Beim 9er muss man, glaube ich, den Finger drauflassen. Aber das ist etwas, was man dann im Alltag noch genauer anschauen müsste. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr gut gelöst inzwischen. Ich habe mich völlig damit arrangiert. Anfangs war ich auch enttäuscht. Dann Alex schreibt, Das mit den Widgets und der Krone finde ich genial, weil man so nicht immer aufs Display der Watch fassen muss. Kannst du bitte mal testen, ob man mit der Krone auch das Zifferblatt wechseln kann? Ja, genau, das habe ich schon vorweggenommen. Kann man natürlich, aber konnte man schon vorher. Oh, Siri funkt dazwischen. Zip, 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 zip. Das funktioniert sehr gut und ist auch bequem. Den Trick kannte ich übrigens auch nicht. Ich habe mir auch mal jemand erklärt, dass man so schneller die Zifferblätter wechseln kann, wenn man 100 oder nicht 100, aber sicher 20 hat, wie ich. So, weiter. Mr. Sunshine. Das mit Snoopy finde ich eine abwechslungsreiche Idee. Würde mich freuen, wenn in Zukunft zum Beispiel noch Tom & Jerry oder Pink Panther sich dazugesellen würde. Würde mich mal interessieren, wie aufwendig das ist, etwas zu entwickeln. Danke für deine Zeit. Und so weiter. Ja. Also das mit Snoopy. Snoopy ist wirklich ein großes Highlight. Ein paar Leute finden den ein bisschen zu kindisch, aber das ist wie mit allen Zifferblättern bei der Apple Watch. Man kann es ja nutzen oder man muss es eben nicht nutzen. Und Snoopy ist ja insofern noch lustig, dass der ja wirklich eine Uhrentradition hat. Bei Omega gibt es immer die Snoopy Speedmaster. Das hat ja das mit der NASA zu tun. Und ja, es ist lustig, dass man den Snoopy jetzt auch auf der Apple Watch hat. Und dann hat er oder sie ja noch gefragt, wie aufwendig es ist, diese Zifferblätter zu entwickeln. Und da muss man wirklich sagen, da gibt sich Apple wirklich unglaublich viel Mühe damit. Und da steckt wahnsinnig viel Zeit darin. Die Leute sagen dann immer, ja, aber wir hätten gerne eigene. Aber da habe ich ja im Interview mit Kevin Lynch und Deidre darüber gesprochen, dass das wohl nicht so bald kommen wird. Vermute ich jetzt mal. Aber es ist schon jeweils spannend, wenn man so die Leute trifft, die die Zifferblätter auch gemacht haben. Und als Apple da diese Zifferblätter gemacht hat mit diesem Quecksilber und dem Rauch und so, da haben sie uns mal gezeigt, wie sie das alles gefilmt haben. Da haben sie wirklich ein kleines Studio gebaut und da die Flüssigkeiten reingeschüttet und oben mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt. Und da steckt wirklich wahnsinnig viel Aufwand drin. Mein Lieblingsaufwandszieferblatt ist ja sowieso das, wo haben wir es? Da ist es, zick, zick, zick. Zu dem kommen wir nachher noch. Das Sonnenuhrzieferblatt, so ein schönes Zifferblatt, da steckt so viel Aufwand und Nachdenken drin. Also da steckt schon sehr, sehr viel Aufwand drin. Aber klar, ich verstehe die Leute, die lieber noch mehr Optionen hätten. So, dann BadPicture schreibt, wäre noch interessant zu wissen, ob diese Widgets intelligent funktionieren und sich automatisch und nach häufig geöffnet sortieren oder es quasi nur ein Ersatz für die Favoriten ist. Ich glaube, diese Widgets sind nicht ganz das, was er meinte. Ich mache es nochmal schnell auf. Ich will nach oben drehen. Oh ja, heute ist ja noch Live-Podcast. Also wenn ihr dieses Video seht, ist der Live-Podcast schon durch. Da ich bin zu Gast beim Apfelfunk am Hörer bei Jean-Claude und Malte. Es sind ja in erster Linie die wichtigsten Informationen, die man angezeigt kriegt, wenn man da von unten nach oben dreht. Und momentan hat es halt noch relativ wenig Apps, die es nutzen. Darum ist es noch nicht so wahnsinnig hilfreich, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube schon, dass das dann eher mit der Zeit intelligenter wird. Haben wir bei Siri ja auch gehofft, aber hier hoffe ich, dass es stimmt. Dann, nächster Programmpunkt. Oh ja, genau. Ich war gestern zu Besuch bei YouTube Schweiz. Sie haben ein 10-Jahres-Jubiläum. Da haben wir auch so ein paar Vorträge gesehen. Und da haben sie gesagt, man soll immer so nach dem ersten Drittel des Videos darauf hinweisen, dass die Leute Abos abschließen sollen. Mache ich ja nie. Mir ist das immer ein bisschen zu peinlich. Und ich mache das immer am Schluss des Videos. Aber ich dachte, weil ich ja auch nicht weiß, wann das erste Drittel der Videos ist. Ich weiß ja nie, wie lange ich spreche. Aber dann ist mir eingefallen, wenn ich hier ja schon diese Liste habe, da kann ich ja perfekt einfach ins erste Drittel Abo, Abo reinschreiben. Und dann vergesse ich es auch mal nicht, darauf hinzuweisen. Also wer diese Art von Videos schätzt, unbedingt Abo abschließen für den Kanal. Und dann verpasst ihr auch nicht das Nächste. Aber ich glaube, das mit dieser Abo-Werbung in der Mitte, das lassen wir wieder. Ich finde das immer so ein bisschen aufdringlich und stört mich auch ein bisschen, wenn ich selber Videos gucke. Von daher, aber ja, anscheinend funktioniert das sehr gut, wenn man das macht. Aber Abo-Wachstum ist hier ja auch nicht das Ziel. Ich finde, wir haben ja eh schon mehr als genug. Und das sieht man ja auch nicht auszudenken, wenn es noch mehr Kommentare wären. Das ist ja nur ein Bruchteil von all dem, was ihr mir geschrieben habt. Also da komme ich überhaupt nicht mehr nach. So, weiter. Levi. Die Reduktion der schwarzen Hintergründe ist nicht wirklich ein guter Schritt. Auch wenn die Oberflächen natürlich schöner aussehen, es verringert die Akkulaufzeit und lässt die Ränder der Ultra wirklich sehr in Erscheinung treten. Ja, das ist ja eine der großen Neuerungen von WatchOS 10, dass es die Bildschirme besser fühlt oder mehr fühlt, je nachdem, wie man es halt will. Früher war es oft so, dass ganz viel Schwarz war auf den Bildschirmen. Und jetzt hat es halt wirklich Farbe im Hintergrund. Da sieht man die Ränder dann schon. Bei den normalen Apple Watches sieht man die Ränder ja nicht, weil die haben ja praktisch keine mehr. Aber bei der Ultra sieht man ihn halt doch noch ziemlich. Wo haben wir eine App mit Farbe? Zip. Da sieht man den Rand der Ultra halt schon sehr gut. Aber, erstens muss man ja kein Prophet sein, um zu sagen, dass irgendwann eine Ultra ohne diesen Rand kommen wird. Und zweitens, ich finde den Rand der Ultra ehrlich gesagt noch ästhetisch. Ich habe auch ein Zifferblatt. Mal schauen, ob ich es jetzt ganz spontan finde. Ich habe viel zu viele Duster hier. Wo der Rand wirklich sehr, sehr prononciert ist. Und mir gefällt es trotzdem sehr, sehr gut. Weil der Rand ist hier wirklich ein Stilelement. Es ist nicht so, dass der Rand, wie bei den ersten bis um Mid-Series 3, wo es ja noch dieses Rechteck war, unschön ist. Und man den verstecken wollte. Jetzt hier sieht es ja wirklich einfach sehr souverän aus mit dem Rand. Es ist jetzt nicht so, dass ich den Rand ästhetisch hässlich finde. Er ist einfach da und ein Stilmittel und man kann ihn schön oder nicht schön finden. Aber ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Und das mit der Akkulaufzeit, ich glaube, da haben Sie, das haben Sie auch im Interview gesagt, dass wir da darüber gesprochen haben. Das Interview im Tagesanzeiger ist ja jeweils nur ein Bruchteil von dem, was man bespricht. Das ganze Interview hat ungefähr 45 Minuten gedauert. Das haben Sie schon auch erwähnt, dass Sie da ein bisschen jetzt mehr Erfahrung innerhalb haben. Auch im Ausnutzen der Batterie in der Uhr. Und darum können Sie da auch ein bisschen mutiger sein und mehr Farbe verwenden. Weil OLED, wenn es schwarz ist, braucht es keinen Strom oder weniger Strom. Und wenn es farbig ist, braucht es halt mehr Strom. Aber da sind Sie auch ein bisschen mutiger geworden und können das jetzt auch ein bisschen besser ausbalancieren. Und auch da muss man kein Profit sein, um vorauszusagen, dass die kommenden Apple Watches effizientere Prozessoren haben werden und vielleicht noch größere Akkus. Und dass dann sowieso längerfristig überhaupt keine Einbußen zu sehen sind. So, weiter im Text. Münigmann. Ich finde es doof, da kommen gerade ein paar Kritikpunkte. Ich finde es doof, dass die das mit dem Dock geändert haben. Ich habe den Kids die Nuki-App ins Dock gelegt und jetzt müssen sie umlernen. Nachdem sie es gerade richtig raus haben. Ja, man kann ja hier im Dock auch Favoriten hinterlegen und solche Sachen machen. Und dann kommt man da sehr schnell dazu. Habe ich ehrlich gesagt einfach nie gemacht. Darum vermisse ich das auch überhaupt nicht. Ich habe diese zuletzt geöffneten Apps und das Dock habe ich einfach nie genutzt. Darum bin ich da sehr, sehr schmerzfrei. Und ich finde, man kann es ja auch einfach lösen. Also wenn man jetzt Kinder hat und da die Nuki-App einfach einfach haben möchte. Ja, macht man sie doch einfach hier oben zu oberst hin und dann ist man auch super schnell da drin. Also ich glaube, das geht schon um. Ich finde es sogar ehrlich gesagt ein bisschen einfacher, wie es jetzt gelöst ist. Aber vielleicht gibt es dann auch, man könnte es ja auch in eine Komplikation reinmachen. Dann hat man es immer auf dem Zifferblatt, hätte ich jetzt noch gedacht. Aber naja, also die Dock-Fans, die sind schon ein bisschen unglücklich im Moment noch. Aber ich glaube, die gewöhnen sich dann auch sehr schnell dran. Dann CSF. Aber wie kann ich mit WatchOS 10 schnell in die zuletzt verwendete App wechseln? Bei WatchOS 9 war das zweimal Krone drücken. Ja, das ist etwas, was ich ein bisschen vermissen werde, ehrlich gesagt. Wenn man hier eine App hatte, beispielsweise wir machen mal Wetter-App auf. Und wieder zu. Und dann konnte man zweimal die Krone drücken. Und dann ist man wieder in der Wetter-App. Zweimal Krone drücken, hat bis und mit WatchOS 9 die zuletzt geöffnete App geöffnet. Das war beispielsweise auch praktisch, wenn ich in der Einkaufsliste war. Schnell zurück aufs Zifferblatt wollte und dann wieder zick, zick, wieder rein. Das fand ich wirklich sehr praktisch. Aber das ist wirklich verschwunden. Das hat man jetzt nicht mehr. Aber wenn man jetzt zweimal auf die Krone drückt, sieht man ja sofort da und dann drückt man hier und dann ist man auch wieder in der App drin. Also ich finde es nicht so ein Verlust, aber es ist ein Verlust. Das muss man schon sagen. Das fehlt. Oder ist verschwunden. Dann HS schreibt, Morgen Raphael, hatte mich noch nicht mit der 10er beschäftigt und freue mich über deine Einführung. Frage mich allerdings gerade, was aus dem Rot-Normal-Umstellen des Ultra-Watch-Faces wird. Das ja gerade auf Kronendrehen basiert. Genau. Jetzt kommt die Ultra zum Einsatz. Beim tollen Wegweiser-Zifferblatt. Oh, Passwort. Wo haben wir eins? Da haben wir eins. Nehmen wir ein schöneres. Beim Wegweiser-Zifferblatt gibt es ja diesen Nachtmodus. Konnte man bis an hin, ich kann es jetzt nicht mehr vorführen, weil ich da schon Watt-Force 10 drauf habe, konnte man hier die Krone nach oben drehen und dann wurde das ganze Zifferblatt rot zum Nachtmodus. Das war sehr, sehr cool, aber es gibt natürlich einen Ersatz dafür. Wir gehen jetzt die Einstellungen bearbeiten. Und dann hat man hier Nachtmodus. Und da hat man jetzt Optionen. Man kann ihn ausschalten, kann ihn einschalten, so hat das hier was ausgeschaut. Aber das Beste ist eben automatisch. Das habe ich nämlich schon aktiviert. Die Uhr hat ja ein Helligkeitsmesser oder ein Lichtsensor, der schaut, wie hell es draußen ist und passt das Display entsprechend an. Den nutzt es jetzt einfach, wenn es draussen dunkel ist, also draussen außerhalb des Uhrengehäuses. Dann wechselt es, wenn ich auf automatisch stelle, auf dieses rote Nachtzifferblatt. Hey Siri, Studio-Licht ausschalten. Das ist so unglaublich cool, weil ich habe es oft vergessen, selbst wieder zu aktivieren, das Nachtzifferblatt, den Nachtmodus. Und jetzt macht es das einfach automatisch, wenn ich das Wegweiserzifferblatt drin habe und es wird irgendwann dunkel. Oder ich laufe in einen dunklen Raum rein, dann geht es auch sofort auf rot. Das ist so cool und unter uns, ich würde mir wünschen, dass iPhone und iPad auch so funktionieren, dass die automatisch in den Nachtmodus oder in den Darkmodus wechseln, wenn es halt draussen dunkel ist. Warum muss man das irgendwie an die Uhrzeit knüpfen? Das finde ich wirklich super cool, das würde ich mir für alles wünschen und ich finde das ehrlich gesagt sogar eine Verbesserung. Ja, es war haptisch schön, da an der Krone zu drehen, aber jetzt muss man einfach gar nicht mehr drehen und sich nicht mehr kümmern. Es funktioniert schon ziemlich zuverlässig hier in der Beta, das kann ich vermelden. Und da kommt gleich die Folgefrage, nämlich das, was ich mir auch Sorgen gemacht habe. Der RK schreibt, danke für das Video, eine Frage habe ich. Beim Watchface Sonnenuhr konnte man unter 9 mit der Krone den Sonnenstand ändern. Geht das mit 10 nicht mehr? Wir haben die Sonnenuhr ja schon erwähnt. Und da macht es einfach großen Spaß hier zu drehen und zu lesen, wie die verschiedenen Sonnenuntergänge alle heißen. Erst kommt ja jeweils die bürgerliche Dämmerung, genau, dann kommt die nautische Dämmerung und dann kommt die astronomische Dämmerung. Das ist so ein cooles Zifferblatt, das macht so Spaß. Und man kann einfach, wenn man es anhat, an der Krone drehen und es geht los. Da habe ich mich dann auch gefragt, ja was ist denn jetzt? Weil jetzt, wenn man an der Krone dreht, kommen ja die Widgets. Schauen wir es uns an, wo habe ich es? Haben wir es überhaupt schon hier drauf? Nein, wir müssen es schnell holen. Seht ihr gleich, wo es ist? Sonnenuhr heisst. Da, Sonnenuhr. Zack, hinzufügen. Ja, in analog gerne. Und schon haben wir es hier. Und jetzt würde man ja erwarten, wenn man an der Krone dreht, dass es da wieder die Uhr hin und her dreht. Aber macht es ja eben nicht. Da kommen die Widgets. Apple hat es aber elegant gelöst. Man tippt es einfach an und schon hat man dieselbe Funktion. Es ist einfach ein Tipp mehr, den man machen muss. Es ist ein bisschen bewusster, dass man es aktiviert. Es ist jetzt nicht so, dass man dann zufällig reinkommt. Aber ich finde das sehr, sehr gut gelöst. Hier übrigens, beim anderen Zifferblatt habe ich es ja schon mal vorgeführt. Wo habe ich es? Ah, da ist es. Bei dem war es ja auch so. Wenn man da an der Krone gedreht hat, haben da die Ringe zu wackeln angefangen. Tun sie jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt kommt auch die Widgets. Aber wenn man drauf tippt, hat man den Effekt immer noch. Blub, 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 blub. Ich möchte wieder Snoop. Nein, ich nehme das. Dann. Der Smokey fragt. Gibt es bei WatchOS 10 eigentlich Änderungen beim Action-Button? Der Ultra, das ist der Knopf. Hier da der Orange. Und nein, ich habe noch nichts festgestellt, was sie verändert hätten. Ich finde auch, der hat immer noch ganz viel verschwendetes Potenzial. Mit Shortcuts und so kann man ihn ein bisschen interaktiver machen. Aber da hoffe ich schon, dass Apple da nochmal über die Bücher geht und den Knopf noch ein bisschen nützlicher macht. Ich habe da einfach immer die Taschenlampe drauf. Und das Problem ist, wenn ich dann im Nacht- und Schlafmodus bin und die Uhr gesperrt ist und ich drauf drücke, dann geht die Taschenlampe ja nicht an. Dann muss ich immer erst die Uhr entsperren und dann kann ich den Knopf drücken. Und also da hat schon noch ein bisschen Potenzial dieser Knopf. Dann Felix. Ich hätte so gerne eine schnelle Tastensperre gehabt. Wie die Schulzeitsperre, nur mit dem aktuellen Zifferblatt. Wassersperre ist nervig, wenn man nur eine einfache Tastensperre möchte. Bin ich wirklich der Einzige, der oft ungewollt irgendwelche Komplikationen startet? Das ist eine ganz spannende Überlegung von ihm. Da habe ich nie dran gedacht und habe ich auch noch nicht gefunden. Vielleicht in den Accessibility-Settings oder sowas. Also falls jemand einen Tipp hat, wie man die Uhr einfach sperren kann, dass man dann, wenn man drauf irgendwie so einen Touchscreen-Ausknopf oder sowas, vielleicht irgend sowas hat er vermutlich im Kopf. Und das hätte schon Potenzial. Dann Gentaxable. Die neue Wabe ist für mich der grösste Gewinn. Aktuell finde ich die Suche nach Apps mühsam. Kaum hat eine neue App automatisch eine Watch-App installiert, sind deine Apps wieder ganz woanders. Und die Liste hat selbst auf der grossen Watch Ultra einfach zu wenig Einträge. Und man muss lange scrollen. Ein 4x4-Grid wäre praktisch, aber diese seitlich eingegrenzte Wabe scheint mir schon ein grosser Vorteil. Ja. Ich bin ja auch grosser Fan dieses Wabendesigns. Also wenn man die Apps hier anschaut. Das finde ich sehr schön. Ist einfach nicht sehr praktikabel, muss ich auch zugeben. Ich habe es einfach gelassen, weil ich es sehr, sehr schön finde. Und jetzt ist es ja so, es sieht immer noch sehr, sehr ähnlich aus, aber man scrollt dann doch rauf und runter. Und ja, hier kann man auch listen. Aber das finde ich unendlich unpraktisch, wenn man dadurch alle durch muss. Wieder Rasterdarstellung. Das finde ich wirklich die perfekte, ich finde das den perfekten Kompromiss, ehrlich gesagt. Ich habe immer noch so, dass es schön ist, aber es ist doch deutlich funktionaler, als es vorher war. Ja, ich sehe es wie ihr. Ist eine Verbesserung. Dann Per Kaijarin fragt, hat sich die Bedienung einiger Apps verändert? Ja, praktisch alle Apps haben sich verändert. Also man sieht es ja nur schon bei der Fitness-App. Wo haben wir sie hier? Da haben wir jetzt viel mehr. Ah nein, falsch, wo sind wir jetzt gelandet? Aktivität. Ah, das ist die Uhr mit WatchOS 9. Kein Wunder, hat sich nichts verändert. Das ist ja die 10er Uhr. So, hier sieht es nämlich gleich ganz anders aus. Hier hat man viel mehr Bildschirme, wo man Sachen einstellen kann, viel mehr Übersicht. Ja, und das wiederholt sich bei ganz vielen Apps. Auch die Timer-App ist neu. Siehen auch anders aus, die Timer. Bei der Stoppuhr muss man auch ein bisschen gucken. Also es hat überall ganz, ganz viele Veränderungen drin. Das würde jetzt viel zu weit führen, wenn wir da das Ganze durchgehen würden. Aber sie haben wirklich diesen Frühlingsputz im Sommer, wie ich es nenne, haben sie wirklich sehr gründlich gemacht. Also haben sie wirklich überall ein bisschen was umgestellt. Georg schreibt, hoffentlich zeigt dann auch der Höhenmesser beim Kompass seine Zahl an. Statt strichlich, strichlich. Ja, das ist momentan in der Beta ist das noch ein bisschen. Ich glaube, er hat das im Video gesehen, dass da nicht alle Komplikationen und Infos ausgefüllt waren. Das liegt einfach daran, dass noch nicht alles ganz perfekt ist in der Beta. Aber darum sage ich ja auch immer bloß nicht schon Betas installieren. Dann, Carsten schreibt, das mit dem Akku kann ich bestätigen. Habe die Alpha drauf. Lief den letzten Tag bis auf die bekannten Bugs recht normal. Gestern dann bei der Ultra bei einem Akkustand von 75% die Uhr abgemacht und zur Seite gelegt. Zirka zwei Stunden später zeigt der Akku 13%. Wer also darauf angewiesen ist, sollte jederzeit mit bösen Überraschungen rechnen. Ja, das kommt genau zum richtigen Moment, diese Warnung. Also bloß nicht nachmachen. Auf iPhones und iPads ist das mit den Betas ja schon ein bisschen mühsam. Aber bei der Apple Watch kann man es auch nicht rückgängig machen. Also lieber nicht nachmachen. Dann Juli fragt, hallo Raphael, kann nur die Watch OS X Version? Kann man nur die Watch OS X Version nutzen? So rum. Bin im Beta Programm angemeldet, möchte die Beta aber nicht auf meinem iPhone installieren. Nein, geht nicht. Das muss auf iPhone und Uhr sein. Zeigt auch, wie eng Apple Watch und iPhone immer noch verknüpft sind. Ich würde mir ja wünschen, dass das nicht mehr so ist, dass man die Uhr ein bisschen unabhängiger haben könnte. Aber die Tatsache, dass es die Beta auf der Uhr nur gibt, wenn die Beta auch auf dem iPhone ist, sagt eigentlich schon alles, wie eng die Dinger immer noch verknüpft sind. Und die Uhr greift halt für so viel immer noch aufs iPhone zurück. Dann Marli schreibt, bestes Frühstücksfernsehen ever. Stimmt, das Video kam ja morgen. Habe ich am Montag super früh publiziert. Weil da auch das Interview im Tagesanzeiger live ging. Vielen Dank. Hat man schon eine Ahnung, welche Uhren das Update bekommen? Kommt es zusammen mit iOS raus im September oder später zusammen mit Apple Watch 9? Nun, wissen tut man freilich nichts, aber Raphael kann immer sehr gut raten. Ich vermute, es kommt irgendwann in der zweiten Septemberhälfte mit den neuen Uhren. Da wir jetzt nicht mehr so Produktionsprobleme haben, sollte die Uhr, denke ich, die neuen Uhren in der zweiten Septemberhälfte kommen. Sofern nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das kann natürlich immer sein. Und das Update kommt bis runter auf die Apple Watch 4. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass die Vierer vielleicht jetzt rausfällt. Aber nein, die Vierer und alle SE kriegen es auch. Also das ist wirklich sehr toll. Aber ich glaube, das ist wirklich so das Zehner, das letzte große Update, was die Vierer, vielleicht sogar die Fünfer kriegen. Aber da muss man dann nächstes Jahr schauen. Und da müssen wir jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, aber ich denke, das kommt dann irgendwann im September, sehen wir es dann. Und da muss man dann auch schauen, was auf der Vierer alles ankommt, welche Zifferblätter da sind und was alles nicht. Es ist ja nicht so, dass es das volle WatchOS 10 jeweils runterreicht, weil manche Funktionen haben ja manche Uhren nicht. Also von daher muss man mal schauen. Aber das große ganze Update kommt schon auf die Vierer. Dann der Patris hat eine Frage. Hallo Raffel, kannst du mir eventuell folgende Frage zu WatchOS 10 beantworten? Ein Bekannter von mir hat ein iPhone X zu seiner Apple Watch und kann deshalb im Herbst nicht auf WatchOS 10 updaten. Ist es möglich, seine Apple Watch mit einem iPhone 12 zu koppeln, WatchOS 10 draufzuladen und die Uhr anschließend wieder mit seinem iPhone X zu koppeln und zu nutzen? Beste Grüße, Patris. Ja, das ist ein Dilemma, weil wir haben es ja gerade davon, dass die Apple Watch immer noch sehr mit dem iPhone verknüpft ist und das iPhone darf auch nicht zu alt sein. Wenn man eine ganz, ganz neue Apple Watch hat, muss das iPhone auch einigermaßen neu sein. Und ich weiß nicht, ob dieser Trick funktioniert. Ich habe das selber nie ausprobiert, aber ich habe ein bisschen nachgeschaut und ich gehe davon aus, dass es nicht funktioniert. Weil es aber jemand das Gefühl hat, man kann da ein bisschen tricksen und WatchOS 10 auf die Uhr machen und sie dann doch noch mit dem iPhone X verbinden oder sogar sowas schon gemacht hat. Letztes Jahr mit dem iPhone 8 war es ja auch so eine Debatte. Also unbedingt in die Kommentare schreiben. Also da sind ganz, ganz viele Leute sehr, sehr froh drum, wenn ihr da Tipps geben könnt. Aber ich vermute, es funktioniert nicht mit diesem kleinen Hack. Weil einfach WatchOS und iOS so stark verknüpft sind, dass sie halt einfach auf dem selben Level sein müssen. Und weil das iPhone X jetzt iOS 17 nicht kriegt, dürfte das sehr, sehr schwierig werden. Aber falls ihr mehr wisst, unbedingt unten in die Kommentare. So. Zielgerade. Thorsten schreibt. Wie immer informativ und kurzweilig. Ich hatte... Ja, kurzweilig. Ja, kurzweilig. Hoffentlich kurz ist dieses Video hier. Oh, meine Güte. Wir überziehen schon wieder. Ich hatte ein wenig gehofft, dass man in der 10er die Aktivitätsringe konfigurieren kann. Stehen oder bewegen interessieren mich wenig als Schritte oder Stockwerke direkt in den Ringen sichtbar zu machen. Er scheine aber eine Ausnahme zu sein. Ja, das hatte ich anfangs auch. Ich war auch enttäuscht, dass die Schritte bei der Apple Watch so versteckt sind. Ich habe die Logik dahinter dann aber schon verstanden. Weil ich ja auch viel Rad fahre und damit keine Schritte sammle, ist das ein bisschen blöd, wenn man Schritte als Hauptmerkmal nimmt. Da machen diese Bewegungskalorien schon viel mehr Sinn, wo einfach alles drin ist, wie man sich bewegt. Und nicht nur eben Schritte. Das macht es auch ein bisschen inklusiver für Leute, die eben keine Schritte machen können. Und das andere ist, das ist mir im Interview auch wieder bewusst geworden mit Kevin und Deidre, dass die Ringe, die leben eben auch davon, dass sie so vergleichbar sind. Alle haben dieselben Ringe und man sieht, wie viel von ihren eigenen Zielen sie erfüllt haben. Aber es ist dann doch so, dass jeder seine individuellen Ziele hat. Aber man kann einfach gucken, wie viele von deinen Ringen hast du schon geschlossen. Und das macht es schon spannend. Und ich glaube nicht, dass Apple die Ringe dahingehend öffnet, dass man da selber irgendwelche Variablen drunter legen kann. So. Matt schreibt, für mich sieht es danach aus, dass Apple zu einem OS für alle hinarbeitet, sodass du dich zu Hause fühlst, egal auf welchem Gerät. Vielleicht nicht mit allen Features überall, aber eben die Grundlagen, die Grundlegenden. Und ja, das bei Apple schon, das sieht man auch. Das ist wirklich so etwas, was sich durchzieht. Es soll alles relativ ähnlich funktionieren und man soll sich überall zu Hause fühlen. Ich finde, das haben sie jetzt schon, aber das kommt noch ein bisschen mehr. Es ist ja erstaunlich, wie dieser Stage Manager hat man jetzt auf dem Mac, auf dem iPad und in der Vision Pro Brille. Auf der Uhr natürlich nicht, aber das ist wirklich so etwas, Sachen, die sich durchziehen. Unter uns, ich bin ja auch sehr gespannt, wie die Uhr dann mit der Vision Pro harmoniert, ob es da irgendwelche Verbindungen gibt, ob man damit irgendwas machen kann. Das ist schon, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Dann Kai fragt, hast du an deiner Watch Ultra das neue 45mm Sportband Olive? Ja, hat er richtig beobachtet im letzten Video. Das war das Oliven Sportband. Jetzt habe ich das Video zu den Sommerarmbändern für die Apple Watch gemacht und habe dann auf Smilender gewechselt. Das ist einfach super bequem im Sommer. Das ist mein Lieblingssommerarmband eigentlich, aber weil ich es schon so lange habe, probiere ich immer gerne ein paar andere Bänder aus. Das Trail-Loop muss ich übrigens unbedingt ausprobieren. Das haben mir ganz viele Leute geschrieben, das sei ihr Lieblingssommerarmband. Ich war da ja ein bisschen skeptisch und habe es noch zu wenig ausprobiert. Aber das werde ich jetzt über das Wochenende auch mal noch ein bisschen als Sommerarmband nutzen. So, letzter Kommentar ist noch von Cold World. Ah ja, den musste ich einfach noch reinnehmen. Sehr viel Mühe gegeben, das Video auf über 10 Minuten zu strecken. Ja, wenn er oder sie wüsste. Erstens muss ich hier ja überhaupt nicht auf Länge achten. Bei YouTube sieht man ja in dem Video auch wieder. Ich mache einfach, solange ich Lust habe und ihr schaut einfach, solange ihr Lust habt. Aber nein, beim Video zu WatchOS 10 und WatchOS 9, dem Vergleich, da habe ich wirklich nicht mehr Mühe gegeben, es auf 10 Minuten zu strecken. Warum sollte man auch? Ist irgendwie 10 Minuten eine magische Grenze? Kann man da mehr Werbung schalten oder sowas? Weiß ich gar nicht. Ist mir auch egal. Nein, ich habe eher geschaut, dass es nicht zu lang wird, weil ich da noch ziemlich viel arbeiten musste. Und nebenher eben das große Interview hatte mit Kevin Lynch und Deidre Callback für den Tagesanzeigern. Und das hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, das alles abzuschreiben. Weil ein 45-minütiges Gespräch und in der Zeitung ist ja nur ein Bruchteil davon. Vielleicht muss ich dann mal in Videos noch ein bisschen mehr davon erzählen. Was ja ganz spannend war, ist, wir haben dann auch über eine meiner Lieblingsfunktionen, der Apple Watch, gesprochen. Dass man sich eben auch, wenn der Bildschirm in Schlafmodus ist, dass man dann eben auch Sachen antippen kann und es funktioniert. Das ist so eine unglaublich coole Funktion. Da müssen wir mal ein separates Video dazu machen. Das ist etwas, was kaum jemandem bewusst ist. Aber das hat mich dann so Wunder genommen, wie sie das entwickelt haben. Und da haben sie dann auch erzählt, wie aufwendig das war. Und sie haben sich riesig gefreut, dass das überhaupt jemand festgestellt hat, wie unendlich cool das ist. Weil es überhaupt nicht einfach ist und hochkomplex. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Weil das Video ist eh schon viel zu lang. Meine Güte. Also mal schauen, ob das überhaupt jemand zu Ende geguckt hat. Falls ihr noch Fragen habt oder eben, wie gesagt, andere Sachen entdeckt habt, unbedingt unten in die Kommentare. Ich freue mich da, wie ihr seht, immer sehr darüber. Ich mache ganze Videos nur rund um eure Kommentare herum. Weil es einfach, es freut mich so riesig und es macht so Spaß, darauf zu antworten. Aber noch mehr Spaß macht, wenn ich gleich darüber reden kann. Weil meistens wären meine Antworten so unglaublich lang, dass es schneller geht, wenn ich da ein Video mache. Dann, falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, ah, vielleicht hat sich unendlich Mühe gegeben, dieses Video auf über 10 Minuten oder über eine halbe Stunde zu strecken. Daumen nach unten, falls ihr noch nicht habt. Abo abschließen. Obwohl, den Abo-Werbespot habe ich ja jetzt schon früher gemacht. Jetzt müsste ich das gar nicht mehr sagen. Obwohl, vielleicht hat es ja jemand überspult oder mit dreifachem Tempo geguckt und nicht mitgekriegt. Also, ja, Abos sind immer sehr willkommen hier. Und, ja, dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video, was dann garantiert nicht mehr so lang wird. Meine Güte. Also, tschüss.